Hallo und herzlich willkommen zurück zum angespielt Skyrim auf der PlayStation 4. Ich suche jemanden, der mir meine Sachen abkauft und ich hoffe jetzt hier bei diesem... Ich weiss nicht, was ihr gehört habt, aber das Flusswald-Handelskontor hat noch geöffnet. Jo. Das Flusswald-Handelskontor hat alles, was man sich von einem gemischt Warenladen wünschen kann. Eigentlich möchte ich meine Sachen hier verkaufen. Was habt ihr zu verkaufen? Verkauft ihr Zauber. Für manche ist es Ramsch. Für mich sind es Schätze. Gegenstände über den Trennstrich gehören dem Händler. Gegenstände unterhalb des Trennstrichs gehören dir, um einen Gegenstand zu kaufen oder zu verkaufen. Wähle ihn aus und drücke X. Okay, doch, ich kann hier auch... Das sind jetzt meine Sachen. Den Eisendolch, jetzt könnte ich den verkaufen. Nein, das lasse ich. Die Pfeile möchte ich eigentlich mitnehmen. Das Eisenschwert. Verkaufen. Eisen Streitkolben. Ich hoffe, ich verkaufe jetzt gar nicht irgendwelche Holzfäller-Axt. Den Bogen möchte ich auch behalten. Jetzt hätten wir hier nämlich noch Bekleidung, die ich nicht benötige. Das wäre einmal... Das Eisenschild. Die Eisenstiefel. Alles, was jetzt im Moment eigentlich schlecht ist. Boah, ich sehe gerade, ich habe da einige Sachen, die ich... Ich muss mal kurz warten. Ich brauche... Objekte. Hier, Bekleidung. Jetzt habe ich doch gesehen, dass ich da... Nicht, dass ich da nämlich da nicht alles... Trage. Zutaten, Bücher, sonstiges. Als wären die Dinge nicht... Meine Schwester Camilla oder ich helfen euch gern. Ich will noch mal... Oh, etwas hiervon. Was davon. Jo. Okay. Moment. Ich will erst meine Sachen loswerden, die ich nicht benötige. Das Eisenschild möchte ich behalten. Die trage ich. Und das könnten wir verkaufen. So wie diese auch. Das tragen wir. Ähm, Pelt-Schild. 43 plus 17. Die Neidenschild. Ähm. So. Und haben wir hier Tränke? Hm. Ich weiss jetzt halt auch nicht. Also da mit der Heilung und so, das möchte ich jetzt eigentlich... Ne, wir lassen das Essen. Weiss ich nicht, ob ich das dann auch selbst noch brauche. Nehmen wir mit. Die Zutaten. Gibt scheinbar nicht so viel. Und dann haben wir Bücher. Ein Blitz der gesunde Mann. Wäre das dann eher für... Wir verkaufen es. Ein Eimer. Eisenbahn nehmen wir mit. Ich hoffe, ich mache keinen Scheiß. Holzkelle. Holzschale. Korb. Krüger. Stahlbahn. Wolfspelz. Möchte ich auch noch behalten. Werf deinen Blick darauf. Ja, jetzt möchte ich eigentlich sehen, was haben wir? Gold 212. Äh, Waffen. Okay, das ist schon mal sehr uninteressant. Eisenpanzer-Handschuhe hätten der. Wäre ein bisschen besser als die, die wir haben. 76. Huuuuh. Eisenschilds haben wir selbst. Eisenstiefel haben wir. Ähm. Pelzschild haben wir von Verkauf. Pelzstiefel. Ne, wir lassen es. Ne, wir gehen raus. Ja, jetzt sind wir so ein paar Sachen, sind wir jetzt losgeworden. Aber ich hoffe, dass das nicht falsch war. Wo müssen wir hin? Wir müssen... Hm. Eigentlich... da rüber. Okay, durchs Wasser können wir schon mal. So ne Minimap-Fernung, gut. Für mich sowieso. Ich ohne Orientierung. Sowieso immer Marsch. Sind auch in die richtige Richtung laufen. Ähm. Hm. Also lohnt's sich schon, wenn wir da eigentlich mitnehmen, was mitzunehmen ist. Irgendwas kriegen wir dafür schon noch. Da vorne gehen wir mal über die Brücke. Was ist das? Distel. Nehmen wir mit. Von hier durch. Ups. Fisch. Fisch. Lecker Fisch. Wenn die hier einfach so rumhängen, können wir da nichts dafür. Das ist auch noch irgendwie so ein Kraut. Schauen wir sicherheitshalber nochmal. Es stimmt. Wir laufen hier entlang. Musik ist cool. Was bist du? Ja, ist nur so für den Fall der Fälle. Wollen wir vorbereitet sein. Wahrscheinlich übersehe ich jetzt wahnsinnig viele. Was ist denn das? Ein Hoppehäschen. Wollen wir hier ziehen. Oh. Ah, krass. Komm. Das war's. Tollte Wolfspelz. Wolfspelz. Okay. Wow. So, im Moment geht's ja mit den Gegnern. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es dann im Verlaufe des Spiels ziemlich schwierig wird. Jetzt sind wir noch richtig. Ja. Wir gehen auch wieder mit, wenn wir was finden. Ich glaube, ah, da kommt ein Dorf und da kommt schon ein Typ. Warte. Ich muss was fragen. Hallo? Kaiserliche Angelegenheiten. Geht weiter. Okay. Was war das? Ich wange euch zu. Ihr mischt euch in Hand. Legt Seiten des Kaiserreichs ein. Schiert euch davon. Ja, ja, ja. Ich wollte nur gucken. Ich wollte nur gucken gucken. Ich hätte besser so einen Sammelberuf gewählt. Ich hätte besser so einen Sammelberuf gewählt. weiter. Weiter. Helgen soll von einem Drachen erwischt worden sein. Sollte sich eins dieser Monster hierher verirren, sind wir bereit. Wusste ich das alles sammeln? Ich warne euch, Bürger. Ihr mischt euch in Angelegenheiten des Kaiserreiches ein. Mann, ich will doch nur überholen. Ja, bin dran. Brauche meine Sachen da. Wo geht's lang? Ich hoffe, wir... Wir müssen da schon ins Dorf rein, aber... Was ist da drüben drüber so? Gibt's da noch eine Brücke? Wir gehen hier. Ups. Ich hätte doch da lau... Ja. Da lang gehen sollen. Wohin? Oh, scheiße. Wohin ist das... Die kommen doch rein! Sammel und Weizen Hoffentlich kriegen wir keinen Ärger deswegen Das ist zu weit! Es ist zu weit! Es ist zu weit! Es ist zu weit! Es ist zu weit! Wahrscheinlich schon Jetzt kommen wir nicht rein! Wups! Oh! Cool! Scheiße! Nicht so! So! Okay, da muss schon mal kein Durchkommen! Ähm Müssten da unten mal noch auf den... Auf den Weg! Dann ist da sicher irgendwo Oh! Eine... Und eine Gang! Runter jemand? Uff! Ne! Lauch! Erzlauch! Mach mich da rein! Da ist einer! Warte mal! Warte! 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 Die Wache wird vielleicht nervös, wenn sich eine Frau mit gezogener Waffe nähert! Ja, warte mal! Benötigt ihr Vorräte? Dann sucht Belito in seinem Laden auf! Er ist ein etwas schmieriger, kleiner Mann, aber seine Waren sind gut! Ich will da einfach auch nirgendwo einbrechen! Nein! Ich will da einfach auch nirgendwo einbrechen! Ich will da nicht einbrechen! Aber wir müssen jetzt doch da irgendwie reinkommen! Ich stehe genau verkehrt! Aber... Ich bin voll falsch! Das bin doch ich da! Hier! Aktueller Ort! Wie komme ich denn da rein? Das ist doch so wie ein Tor! Mich verarschen! Ich bin mal auf der Kampf geboren! Ach so! Moment! Ich bin mal auf der Kampf geboren! Ich weiß einfach nicht, wie ich weisslaufe! Ich bin mal auf der Kampf geboren! Wie ich... ... ... ... ... ... ... jetzt gehen wir mal hier lang, so. Klappern wir mal die Mauer ab und dann finden wir das. Ich müsste irgendwie hier einen Durchgang geben. Also Stunni-Maur hat hier nicht viel, also das ist ja schon fast zwängstig. Wo ist das große Tor? Wir benötigen ein Tor, ein Eingang. Ach, wir sind wahrscheinlich vorher nur wirklich daran vorbeigelaufen. Einfach übersehen. Stelle von Wieslauch entdeckt, okay. Mhm, mit einem guten Preis. Hier. Was macht ihr denn da? Ne, 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 okay, die könnte mich jetzt sowas lernen. Mhm, genau. So sehe ich aus. Gibt's doch nicht. Okay. Das ist ein Schaum, wo wir da jetzt weiter reinkommen. Sind wir so halbwegs drin, ne? Ja. Okay. Halt! Die Stadt ist wegen der Drachen abgeriegelt. Zutritt nur mit amtlicher Genehmigung. Ähm. Flusswald ist auch in Gefahr? Ihr kommt wohl besser herein. Ihr findet den Jarl in der Drachenfeste oben auf dem Hügel. Okay. Zu den bekehrtesten Artefakten der Gefährten zählen die Fragmente von Wutrat, jene Axt, die Iskramor führte. Weisslauf entdeckt. Müssen wir den dann noch finden? Schön. Ja, natürlich. Aber wir brauchen mehr Schwerter für die kaiserlichen Soldaten. Ich kann so eine große Bestellung nicht einfach alleine erfüllen. Warum schluckt ihr euren dickköpfigen Stolz nicht hinunter und bittet Eol und Graumähne um Hilfe? Da verbeuge ich mich eher vor Ulfric Sturmantel. Ja, cool. Das steht dann rum. Also das muss ich nicht irgendwie... Also in den Städten kann ich diese Sachen dann benutzen, so wie das ausschaut. Okay. So. Wir müssen... Wohin? Ich darf immer gleich raus. Da hin, ne? Da hin, ne? Ich muss schon mal rum hier reinkommen. Verfahren. Oh, oh. So als Fremde? In der Fremde. Okay, was ist denn das? Habt ihr euch schon als Söldner versucht? Nein. Wäre vielleicht genau das Richtige für euch. Was ist mit dir? Länger und Schatten. Stille und Tod. Das sind meine Künste. Gegen eine geringe Gebühr erschaffe ich wunderbare Kunsten. Danke für euch. Ah, hallo mein Nordfreund. Auf der Suche nach Jagdzubehör? Nein. Es war mir eine Freude, mit euch Geschäfte zu machen. Wenn ihr eure Reinde seht, bevor sie euch sehen. Ich mag jetzt nicht lesen. Stehlen. Benötigt ihr etwas? Dann redet mit meinem Bruder Elrendir. Nein, ich brauch nichts. Stehlen. Nee, ich will da eigentlich jetzt wirklich nichts. Geh weg. Lass mich raus. Hallo mein Freund. Auf der Suche nach Jagdzubehör. Nein. Sind wir nicht. Okay. Wir sollten jetzt diese Mission erst... ...quests doch machen, würde ich sagen. Was gibt's denn? Ja, lass mich in Ruhe. Ups. Wow. Wir sind da hoch? Das ist ja krass. Also man kann echt mit allen irgendwie... ...interagieren. also jetzt... So. Was passiert jetzt? Woah. Scheiße. Okay. Ah! Ich glaub wir sind richtig. Kann das sein? Mhm. Was der uns zu sagen hat, zu unserem Anliegen da hinten, seht ihr dann das nächste Mal beim Angespielt von Skyrim. Ja, wir sind heute auch zu Hause... Wir sind heute dran. Und das ist ganz normal. Untertitelung des ZDF, 2020